Ah! Scheiße. For the order! For the order to battle! Man, dieser Penner, ey! Nein! Nein, da war meine Ausdauer leer. Ich hab mich voll gesappert. Wo sind denn alle? Ich respawne in zwei Sekunden. Wie lang geht so ne Map? Wow, da bin ich alleine. Das ist Team Deathmatch, bis alle Verstärkungen getötet sind. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ich glaub, wenn unser Team 50 Kills hat, dann haben wir gewonnen. Mann! Ich bin auch tot. Cooler ist bis zum letzten Mann. Wenn du tot bist, bist du nämlich tot. Das war echt geil. Vor allem war ich da am Anfang voll gut. Hallo, Erra. Hallo. Ich wollt grad sagen, es ist nicht so unser Spielmodus, wenn man direkt dann instant tot ist. Doch, das ist mal richtig fun. Ich hab grad in die Wand gebumst. Geil. Geil. Ach, da seid ihr ja. Was macht der denn? Der kämpft gegen das Gebäude hier. Pass auf, da beschießt euch grad nen Bogenschütze. Ja. Es hat gezischt. Tschuf. Äh. Was machst du da, Erra? Ich hab Pech da runtergeschüttet oder so. Hier ist jemand links. Pass auf, pass auf, pass auf. Ist der Bogenschütze weg? Ja. Jawoll, der liegt. Sehr gut. Bin bei euch. Komm, wir halten die Treppe. Schildball. 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 Komm, wir rennen da runter. Halt mich. Feuer. Pass auf. Nice. Achtung, der wird halt bombst du durch. Nein. Alter, da sitzt irgendjemand an dieser Kackballiste und schießt uns die ganze Zeit weg. Scheiße. Der Erra ist besser als wir. Ja, Erra ist ja zweitbeste hier. Was? Erra hat zehn Kills? Hahaha. Das ist einfach ein Naturtalent. Ein reines Naturtalent. Das ist das Glück, das ist das Noob-Glück. Vicky, mir ist nice. Die mach ich. Raven und ich machen grad Faustkampf hier. Ohne Messer, Junge. Warum kann ich nicht mitmachen? Ich kann durchklicken. Wie macht man denn Faustkampf? Wenn man verloren hat, kriegt man die Waffen abgenommen. Achso. So. Achso, weil ich tot war wahrscheinlich, bin ich nicht tot. Ja, genau. Dann wirst du nicht respawned. Oh, Scheiße. Oh. Oh, der zweitplatzierte Erra durfte keinen Faustkampf machen. Oh nein. Irgendwas wollen wir auch haben. Ja. Jetzt machen wir wieder mason. Ja. Mason, ja. Okay. So, dann sind wir jetzt Defender of the Castle. Die müssen jetzt nämlich zuerst schaffen, hier die Palisaden wegzurammeln. Palisaden? Palisaden. Aber da muss man ja runterschießen, oder? Oder? Wo seid denn ihr? Ach da. Oder? So, das hier ist unsere Mauer. Und da oben sind Ballisten drauf und die Ballisten müssen wir verteidigen. Okay. Weil nur mit denen können die unsere Mauern kaputt schießen. Kann man das als Verteidigenseite überhaupt irgendwie gewinnen? Ist das irgendwann vorbei? Haben die irgendwann keine Chance mehr anzugreifen, oder was? Wenn du umschalt... Umschalt? Oder tappt? Nee, wenn du tappt drückst, dann siehst du ne Zeit oben in der Mitte. Ach so. Die, finde ich, völlig überdimensioniert ist. Also, als Verteidiger hast du immer schwer. Hast du schwer. Immer. Ist immer nicht leicht. Du Penner! Oh, ich hab... Raimel! Ich hab ein bisschen... Ich hab ein bisschen Pech runtergeschmissen. Wenn du da drunter herläufst, kann ich ja nix dafür. Nein! Ich mach jetzt hier, äh... Ich mach jetzt hier, äh... Mal auf, Metal Bad Nuts. Metal Bad Nuts? Ja. Der hat mir meinen Kill geklaut. Ich bin bei euch, Freunde. Kann ich's irgendwie live räcken dann irgendwann? Ja. Wenn du stehen bleibst, ja. Ich stehe. Ah, ja. Alter, wie geil wir hier am Tor stehen! Zwei Armbrustschützen. Warum kommen die nicht mal rein? Können die auch noch woanders rein? Ja, von den Seiten. Von links und rechts. Wer ist denn hier der Armbrustschütz? Sag du! Mann, ich treff nicht! Triff mal! Weil ich n' Kack nur bin. Weil ich n' Kack nur bin. Weil ich n' Kack nur bin. Ich bin dick und fat und hab n' Doppelkinn, weil ich n' Kack nur bin. Weil ich n' Kack nur bin. Okay, die haben hier ne Rauchgranate reingeschmitten. Granate! Mann, da kippt der! Achtung, die kommen von links! Bin auch direkt drauf gegangen. Von links kommen einige? Ich hab' getroffen, das hat ihm aber nichts gemacht. Aber den hab' ich! Au! Au! Okay, ich nehm' wieder Ritter. Weil hier die Zeiten sind relativ human. Nur sieben Minuten noch was müssen wir verteidigen. Und jetzt noch. Es waren aber mal zehn. Oh, Double Kill, Bitches! Geil! Ja, ne? Boah, wie er mich weggedigst hat schon hier. Gedigst? Weggedigst. Daryl Dickst. Ich wollte wichsen und irgendwas anderes noch sagen. Wummelwummeln. Wo sind sie? Die sind an der Balliste! Nein, da bürfe ich auf! Welche Balliste denn? Links, rechts? Links! Ich laufe auf den zu und dann hat er mich vor mit der Balliste weggenupselt. Kacksau, ey. Andreas, ich hasse dich! Andreas, wenn du das hier siehst. Halt, stopp! Der hieß auch Andreas. Entweder packst du deine Sachen und fährst oder du packst deine Sachen und gehst. Ich halte es nicht mehr aus. Ich hab Ballisten verteidigt. Wupp, 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 wupp. Mein Balliste. Dann schieße ich doch direkt mal damit. Erra, du solltest viel lieber aufnehmen. Bei dir sieht man, wie ich so ein bisschen skill. Erra, töt ihn! Nice! Booms! Warum seid ihr denn so gut? Sind wir gar nicht. Wir tun uns echt nicht so gut. Du musst die dickeste Waffe nehmen, die es im Spiel gibt und dann einfach draufhauen. Was hab ich gemacht? Ja, aber die bewegen sich ja immer. Achso, du musst sie auch bewegen. Oh, ich hab einen getötet. Siehste? Wie auch immer ich das getan hab. Ist das hier ein Freund? Der rennt so ein bisschen. Freunde davon. Oh, sie rennt jetzt da rein. Wie auch immer du bist neben mir. Du Drecksau! Okay, ich nehm auch mal ne andere Klasse. Ne, andere Dings wollte ich nicht. Alter, ich hab Doppelkirchen. Ranked up, gell? Oh. Geil. Erstmal flüchten. Ich schlag dich tot, wenn ich dich sehe, wie du flüchtest. Wie Kommunismus hier. Der Errer wieder ganz vorne dabei. Ja, aber echt. Tötet ihn! Pogo! Disco! Pogo! Komm, Errer. Ja, ich bin zu langsam, der ist zu schnell. Ja. Okay, wir müssen vor die Festung aufs Schlachtfeld. Weißt du, jetzt haben sie mich genutzt. Headshot. Headshot. Mit dem Schwert. Headslice. So, wir müssen regenerieren hier, bitte. Ich komm zu euch, Jungs. Junge. Du Penna-Torrent. Ich kratz mir das Gesicht ab. Es ist nur lustig, wenn man meine Facecam sieht. Und auch dann nicht zu machen. Alter, ich sterbe fast durch meine Verbündeten. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht nur die Mitte hier verteidigen. Woanders kommt doch keiner. Doch, an den Seiten. Ach, sehr gut. Also gerade hinten. Aber reicht, wenn einer durchläuft an der Seite. Wird das angezeigt, wenn das Ballistdings angegriffen wird? Nein, nein. Ist doch geil. Ja, hier ist nämlich schon einer durchgegriffen. Du Penna! An der linken. Andreas! Ach, der Andreas schon wieder. Sehr gut. Ah ne, das war Errer. Errer hat den da umgebracht, wo ich gerade auch war. Dank deiner Hilfe. Ich hab auch gar nichts getan. Das war so ganz. Der hat mich geblockt. Danke, Herr Kohl. Ich hab sogar... Ach man, ey, da stehen vier Leute. Und wen haut der mich? Mich? Warum haut der denn mich? Weil hier ganz viele Kack-Nappels. Ich verstehe das nicht. Wo ist denn... Alter. Was war das denn? Penna. Den Andreas hab ich, ey. Den kleinen Bixer. Ja, dieses Ballist-Dings schießt der überhaupt nicht. Ne, das trifft vor allem überhaupt. Alter, echt. Von hier, Alter. Auch nicht so ganz normal, ne? Das Counter-Strike-Skill. Na gut, ja. Der Counter-Strike kann auch mal spielen. Am nächsten. Ich bin den zweiten, geil. Ich schüttet in die Menge. Bam. Ich höre hier irgendwo Menschen. Und hat er mich getroffen. Bist du in einem anderen Ballisten-Raum? Ja. Jetzt nicht mehr. Weil er mich getroffen hat. Weil ich geht's wieder ans Ballisten. Ach so, ein Bogenschütze oder was? Ja, er von Weitem hat mich halt gesehen. Oh, jetzt muss ich wieder wechseln. Oh, ne, ich muss stehen bleiben. Ich brauch mal Energy jetzt erst mal. Energy. In the morning, I'm gonna get one energy. Pam! Ne, doch nicht, Pam. Wie triffst du bitte mit der scheiß Balliste-Ära? Ungefähr, je nach Entfernung, über die drüber zielen. Also, je nachdem wie weit weg sind, umso höher musst du über die drüber ziehen. Was haben die denn für Rüstung an? Die erkenne ich gar nicht als Gegner. Versteh das nicht. Wir haben so ein bisschen orientalische Rüstung an und die haben so... Ja, aber manchmal sind die nicht rot oder blau, sondern sind grün. Äh, ja, man kann sich ja customisen ein bisschen. Ach so, warum macht man denn sowas? Dann weiß man gar nicht, wer dem Team angehört. Genau deswegen sieht man das. Finde ich, ich würd's auch nicht machen. Wer ist hier? Äh, die haben übrigens, die haben die Palisade jetzt durch übrigens. Okay. Und jetzt müssen wir da verhindern, dass die die Sklaven befreien. Ach so. Hier links von euch, links ist ein blauer. Warum nehm ich den Schaden? Hä? Ach, ich hab gebrannt, ach so. Wusste ich gar nicht. Alter, wie er mich geblockt hat. So, du bist weg, Junge. Scheiße. Das sind viele. Die meisten können gar nicht laufen. Voll geil. Die stehen da vorne da links rechts. Sehr gut. Andreas. Das war Andreas. Endlich meine Rache. So, hier gibt's eigentlich auch wieder fünf Eingängen oder so. Können hier völlig über die Seiten laufen. Wer baut? Was ist das für ein Ingenieur? Ein Architekt? Ingenieurarchitekt. Ey, lassen sie von allen Seiten kommen. Das ist eine gute Idee. Wer von den beiden ist jetzt mein Freund? Ich weiß es nicht. Lass mal die zwei da mal. Sehr gut. Danke. Hinter euch. Links. Oh ja. Boah, da ist grad ein Pfeil durch meinen Kopf geflogen. Sehr gut. Alter, schon wieder. Pennerkind. Wie sie mich immer angreifen, meine eigenen Leute. Das ist für Lena. Ja. Andreas hab ich gefressen, ey. Ey, Rollo hoher. Hoher machen. Darf ich nicht treffen mit der Scheiße? Andreas schon wieder! Ey. Ich hab nen Teamkollegen gekillt, leider. Wir müssen es nur noch fünf Minuten schaffen. Nur noch. Ja, hier oben ist relativ einfach zu verteidigen. Ach, von hinten. Na geil. Du magst es doch. Ja. Dich nennt man auch Eratergo. Ich hab bestimmt schon zwei Leute gekillt von einem. Was? Ich hab schon zwei Leute von uns gekillt, glaube ich. Ich mein, warum hat Rainbird? Hä? Ich hab schon zwei Leute gekillt. Weil ich Eratergo nicht verstehe. Atergo ist doch von hinten. Ach so, weiß ich ja nicht. Was ist denn das mal mit diesem Scheiß ausschließen? Kack, geht mir auf die Nerven. Ja, da steht immer der Team-Damage bei, den die machen. Und ich handel, ich handhabe es so, wenn die über 25% Team-Damage haben, dann stimme ich für ja. Ich mach dir nüscht dir. Nee. Du Pennerkind! Ich hasse dich, Kodaku! Jetzt gibt's auch bei Oma, Alter. Jetzt gibt's auch bei Oma. Ich bin wieder tot, Scheiße. Allerfeinsten. Ach fuck! Hätt ich ihn fast gehabt. Das ist wieder der Propaganda-Panda. Kennen wir den? Der Name sagt mir was. Wahrscheinlich aus deinem privaten Spiel. Weil mir sagt er nix. Okay. Oder? Nee. Hier, rechte Seite kommen die alle. Linke Seite auch. Überall! Bin ich denn hier? Ach, wär das gut, wenn wir nur einen Eingang hätten. Der Pfeil hat er mich gekriegt. Oh, das war ne schlechte Idee? Egal. Diese scheiß Man-at-Arms mit ihren Kackstäben. Das gab's früher überhaupt nicht, wo ich noch gespielt hatte damals. Kackstelzen. Nee, Kampfstäbe, so haben sie jetzt. Kampfstäbe! Kampfstäbe? Stäbe! Wieso Pandas? Du Penner-Kind! Oh! Team-Kill, weißt du? Team-Kill, ey! Pisslo! Psylo! Ich kotze! Mann, ich auch! Alter, wie ich immer nicht treffe mit der Scheiße. Na jetzt, Junge, ey. Aber Platz 3 sein, Errer, ne? Aber nicht treffen, oder was? Ich könnte eins sein von hinten. Du bist eher eins von vorne. Scheiße. Eins von hinten und eins von vorne. Ja. Das hab ich auch mal Andreas getroffen. Der ist scheiße, oder? Andreas ist scheiße. Nee, er hat mich gekillt gerade. Gerade. Ey, machst du Leichenschändung, oder was? Ey, machst du Leichenschändung? Leichenschändung. Finde ich gut. Schön hinten rennen in die Leichen. Wer rennt denn da? Der Rehn-Bird. Schräg mit dem Rehn-Bird. Wohlen aus und trifft. Nee. Trifft? Schoki und hier. Mann! What the fuck? Rain-Bird? Hallo? Links. Fanti, links. Ich glaub, mein Audacity ist abgestürzt. Ich glaub, Rain-Birds Mikrofon ist kaputt. Was? Das hörte sich grad so an. Als wär das so durchgeknackt. Mann! Scheiße. Ich glaube, jetzt bin ich wieder da. Der Rage-Bird. Ja. Der Rage-Bird. Schön. Ich hab wieder Mason genommen übrigens. Ja, okay. Machen wir jetzt einfach Standard, oder? Ja. Geil, ey. Ach, schön. Aber bis hier, also bis zu dem Zeitpunkt, wo du ganz sanft Lebewohl gesagt hast, bis dahin hast du alles aufgenommen, oder? Ja, ich denke schon. Gut. Das möchte ich nämlich gerne sehen. Ich möchte mich verteidigen. Ich möchte mich verteidigen. Ah! Alter! Boah! Team-Kill! Team-Kill, weißt du? Wer denn? Propaganda-Panda! Jetzt kennst du seinen Namen. Wenn das öfter vorkommt, kannst du den melden. Dann wird da auch so ein Vote gemacht. Das war bestimmt keine Absicht. Trotzdem scheiße! Propaganda-Panda, das müssen wir auch noch nicht mal so sagen können, ne? Ja. Kommst nach der Stunde mal ins Sekretariat. Bitte. Schaust du den Totenkopf? Propaganda-Panda, bitte. Ach, Erra. Erra ist der Totenkopf. Ja. Ja, weil er tot ist. Ich bin direkt hinter Pantingsschrauben am selben Typen. Wir müssen eigentlich viel mehr zusammen hier rumrennen. Ja. Ja.